Hi Leute, jetzt gerade noch hier am Morgen und ich wollte euch hier mal zeigen, wo der Retreat stattfindet. Und zwar hinter mir seht ihr schon ein Bunkalo, bzw. hier geht eins nebendran. Das ist einer der Bungalows für den Retreat und das Resort hier ist echt traumhaft schön. Zen Bungalows heißt das Resort und der Strand hier ist wirklich so einer der schönsten Strände, die ich hier so entdecken konnte. Und hier kann man perfekt morgens auch meditieren oder Yoga machen. Hier rechts neben der Hütte, da werde ich gleich nochmal hinlaufen. Da ist dann abends oft auch so Mantra singen oder ähnliches Lagerfeuer. Da kann man sich dann dazu zählen, wenn man dann möchte später. Ansonsten ist hier echt wunderschön. Die Bungalows sind direkt am Strand mit Meerblick sogar. Und in dem Resort hier, das hat mir einfach von den Leuten her gefallen. Alles sehr offen, alles sehr herzlich. Und ja, habe mir eigentlich sofort zugesagt, als ich hier war. Und letztes Jahr habe ich hier schon längere Zeit verbracht. Ich habe eine Woche hier geschlafen und genau. Hier in Sri Tano war ich eh zweieinhalb Monate und habe hier die ganzen Strände gesehen und so. Und ja, das ist wirklich einer meiner Lieblingsstrände und Orte einfach, was die Leute und alles angeht. Und ja, hier drüben ist mal ein Bunkerlo. Genau. Die haben wir jetzt noch nicht reserviert. Ich gehe mal kurz durch das Resort hier mal ein bisschen. Also alles ist echt schön gemacht hier, finde ich. Alles so ein bisschen verwachsen. Hier sieht man den anderen Bungalow jetzt von hinten ein bisschen. Genau. Und hier drüben geht es noch zu der größeren Öffnung am Strand. Da ist dann abends auch manchmal so, wie gesagt, Mantra-Sing oder Lagerfeuer oder ähnliches. Genau. Und der Strand ist halt echt genial. Hier ist dann noch ein Bungalow, der hier. Schöne Terrasse, schönes Holz. Genau. Und das hier ist halt der Strand hier. Das ist einfach genial. Und ja, ich freue mich schon total drauf, hier einfach eine schöne Zeit mit den Leuten zu verbringen. Fokus ein bisschen näher zu bringen und dass jeder zu sich selbst findet. Einfach rausfindet, was er selbst wirklich mag und möchte. Was er im Leben erreichen möchte, beziehungsweise was ihn wirklich erfüllt und glücklich macht. Und wie er weiterleben möchte. Was ändern möchte und wirklich zu sich kommen mag. Auch wenn es vielleicht Ängste auslöst, aber trotzdem gleichzeitig eine Sehnsucht. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei der Geburt. Man muss eben manchmal durch die Ängste hindurch gehen. Und wenn man sich dagegen wehrt, dann wird es nur schlimmer. Also dann am Alten festhalten hat er keinen Sinn bei der Geburt. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann muss man loslassen von dem alten Ding. Und dann kann das neue sich wunderschön offenbaren. Und der Ort hier ist einfach wirklich genial. Da hat sich schon so viel verändert für mich, seit ich letztes Jahr hier war. Und ich glaube, das ist für viele andere genauso. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal die Bungalows gesehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja hier zusammen beim Review. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.